Ich bin der Champ Ihr seid nichts Ihr tanzt wenn dann nach meiner Pfeife Jetzt seid ihr aber schon wieder hier Das ist doch echt zum Kotzen Spaß beiseite, bevor schon wieder die Leute nicht checken Und es in den ersten 30 Sekunden Dislikes hagelt 30 Millionen Nein Leute, das ist die Brille, Rolle Nein, ganz im Gegenteil eigentlich sogar Ich muss etwas tun Was ich nicht für möglich gehalten hätte Dass ich mal tun werde Ich muss euch loben Ja, ich muss euch loben Und das während eines WWE Videos Sensationell Ja, es kam zwei Tage lang überhaupt gar kein Video Es kam zwei Tage vor allem unangekündigt gar kein Video Und ich war mir sicher Sobald ich diesen PC betrete Und mich vor diesem Bildschirm setze Habe ich wieder so jetzt sieht Gedanken Aber nein, ganz im Gegenteil Es ist etwas passiert, womit ich nie gerechnet hätte Ihr wart ruhig Trotz zwei Tage unangekündigt, keine Videos Habe ich glaube ich nur dreimal Wann kommen wir mit dem WWE gelesen Und das wie gesagt bei zwei Tagen Ich bin schwer begeistert Ich weiß nicht, ob ihr es endlich kapiert habt Oder ob ihr genauso wie ich klinisch tot wart am WWE Aber hey Danke, dass ihr mich diesbezüglich verschoben habt War auch keine Absicht War ein riesen Wochenende Luca hatte Geburtstag Ach, ich sehe gerade, ich bin viel zu laut Guck mal Luca hatte Geburtstag Bodo war da Es war, wie ihr das ja kennt Ein Eskalationswochenende Und zwar diesmal so übertrieben krass Dass ich zwei Tage lang ausgeschalten war Und mich auch hart aufraffen musste Dass ich mich hier überhaupt hinsetzen kann Damit ich wenigstens jetzt am Dienstag noch spätabends Eine Folge raushauen kann Obwohl es mir eigentlich immer noch ziemlich dreckig geht Deswegen verzeiht, wenn ich irgendwie noch etwas Schepps in der Kurve hänge Aber wir kriegen das schon irgendwie hin Das ist auch der Grund, warum im Übrigen keine Livestreams Jetzt Sonntag, gestern, heute kamen Weil ich schlichtblick dafür keine Energie habe Verzeiht mir auch das Aber morgen könnt ihr mal wieder vorbeischauen Dann gibt es auch ein neues Streamspiel Würde mich sehr freuen Ja, und jetzt ist es ja tatsächlich so Ja Halt doch mal jetzt die Schnauze, du Lappen Ich habe hier ein paar Ärsche aufzureißen Okay Sachte der Mann, der zweimal in Folge verloren hat Ja, was ist da nur passiert? Kaum ist der Wolf bei Superstars als NXT Champion Schon läuft es irgendwie überhaupt nicht mehr Zuerst die Niederlage an Tyson geht Jetzt auch noch letzte Woche Die Niederlage an Damien Sandow Und ja, der Wolf wird nämlich nicht verschont Verschont, denn Die dritte Aufgabe wartet ja bereits schon auf ihn Als Champion musst du dich jede Herausforderung stellen Im Match heute Abend kannst du endgültig beweisen Dass du dazu bereit bist Und das Match ist gegen R-Truth in einem False Girl Anywhere Match Das klingt doch mal interessant Aha Aber bei NXT, nicht mehr bei Superstars Hat Rob the Wolf schon verschissen? Waren die zwei Niederlagen in Folge Zu viel? Jetzt kann er sich auf jeden Fall nochmal beweisen In einer scheinbar NXT Schlacht Non-Title Match Gegen R-Truth Und das Match geht damit auch schon los Oh ja, und das ist wirklich ein sehr gefährliches Match Ihr müsst euch nochmal vorstellen Für alle, die diesen Match auch vielleicht nicht kennen Was ich mir nicht vorstellen kann Es ist möglich, hier in der kompletten Halle Einen Pinfall zu erlangen Oh, jetzt hat er nochmal zugedrückt Damit ich Ihr nicht mal weiß, wie es weitergeht Aber das Haha Können wir unterbinden Ah, okay Schau mal an Ein sehr interessanter Start Zwischen R-Truth Und dem Wolf So, der kennt ja erstmal nichts Ein Kraneschlag Und einem Job hinterher Doch jetzt sofort wieder Im Lock-Up Der Wolf Kann sich hinter R-Truth setzen Bringt ihn jetzt schön zu Boden Hat ihn jetzt hier im Side-Head-Lock Ja, das sieht gut aus Und gewinnt Dieses kleine Duell gegen ihn Aber sofort will R-Truth weitermachen Zieht allerdings wieder den Kürzeren zu Beginn Und damit sollte es das vielleicht auch schon gewesen sein Na, ja, hm Wie auch immer R-Truth hier mit einem Side-Russian-Leg-Sweep Um den Wolf Auf die Beine zu stecken Und jetzt stellt euch mal vor Der Wolf würde Hier heute ein drittes Mal verlieren Ja Oh, oi Ähm Wenn Der Wolf, ja Hat seine Probleme gehabt gegen Oh, STO Hat seine Probleme gehabt gegen Damien Zeno Hat seine Probleme gehabt gegen Tyson Kinn Ja, hat er es vielleicht ein wenig Unterschätzt Muss man ja wirklich mal dazu sagen Ja, krachender Big Boot Vielleicht hat er sie Hat er sie einfach ein bisschen unterschätzt Ja, nachdem er bei NXT doch so gut So, dass es da so gut lief Oh, aber ebenfalls krachender STO von R-Truth Vielleicht läuft es ja tatsächlich Hier im NXT-Ring einfach wieder besser Oh, Belly-to-Belly-Slam Ja, einfach nur Belly-to-Belly Vom Wolf Vielleicht läuft es hier einfach besser Vielleicht ist das doch eher seine Heimat Als Superstars Vielleicht Oha Okay, eine interessante Variation Der Kopfschere hier von R-Truth Vielleicht ist Superstars einfach noch nicht sein Zuhause Vielleicht ist da der Druck zu groß Zu viele Menschen in der Halle Wer weiß das schon Aber hier zu Hause bei NXT Wenn man das denn zu Hause nennen kann Vielleicht läuft es hier anders Aber R-Truth hat auf jeden Fall Bock Das sieht gar nicht so schlecht aus für den Für den Mann Und wenn der Wolf jetzt hier ein drittes Mal eine Folge verlieren würde Gegen einen, ja, doch schon sehr erfahrenen Vielleicht ist es auch einfach die Erfahrung Der WWE Superstars Dass es einfach nichts wird für den Wolf Dann, äh, okay Cover-Versuch Sofort kommt R-Truth da raus Dann macht er sich überhaupt nicht ins Hemd Was ist, wenn es doch die Erfahrung ist Die den Wolf hier einfach überkommt Dann wäre das eben nicht nur die Och, krachender Schlag hier Vom Wolf, okay Und jetzt darfst du nicht vergessen Jetzt gibt es keine Countouts Hier ist alles möglich Jetzt steht er da Und, oh, das war ein erbärmlicher Versuch Oh, Scorpion Death Drop Und das auf dem Hallenboden Cover One Oh Wenn er jetzt verlieren würde Und wir wissen alle Oh, 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 oh Und wir wissen alle In der nächsten Woche Ah, krachender Big Booth Würde auf jeden Fall Ein Titelmatch anstehen Gegen wen auch das immer dann sein wird Es gäbe ja dann drei Anwärter Tyson Kidd Damien Sandow Oder jetzt vielleicht R-Truth Oh, und jetzt wird der Wolf Einfach mal nach draußen geschickt Gut gehen würde es denen nicht Oh, was hat R-Truth vor Okay, er lässt das eher mal Ein bisschen ruhiger Und dann gibt es Oh, oh Einen wunderschönen Slam hier Auf dem Hallenboden Und das wird R-Truth wahrscheinlich Nicht gefallen Jetzt fliegt der Wolf Allerdings gegen die Absperrung Ah, kann es aber gerade noch so kontern Und zeigt seinerseits Einen Dropkick hier Außerhalb des Rings Ah, die beiden machen hier Ein bisschen Gebrauch Von ihrer Force Und in der Regel Jetzt fliegt der Wolf Allerdings gegen die Absperrung Und kassiert einen Schlag Noch einen Schlag Und ein dritten Schlag Der ihn sogar zu Boden wirft Das ist natürlich keine gute Sache Aber jetzt ein schöner Konter Vom Wolf Und dann Oh, krachender Snap-Suplex Sau gefährlich Oh, Whippen Oh, gegen die Ringtreppe Muss Arthroof da dagegen fliegen Und sowas ist natürlich eine Sau gefährlich Und verdammt Sau gefährlich ist auch das Was die da waren Was habt ihr hier vor? Das ist der Shoulderbreaker Sehr, sehr gefährlich Was die Was die beiden hier machen Und dann gibt es hier vielleicht einfach mal Den Sleeper Hold Versucht er Es ist natürlich jetzt möglich Außerhalb des Ringes Jemanden zur Aufgabe zu zwingen Also Die Idee ist dann Gar nicht so schlecht Oh, Arthroof kontert jetzt nochmal Das ist mir alles Ein bisschen zu gefährlich Jetzt wirft Arthroof Den Wolf wieder in die Absperrung Und schlägt wieder Brutals auf ihn ein Der muss unglaubliche Kraft In seinen Schlägen haben Kickout aber noch bei 1 Das wird nicht reichen Um den NXT Champion Hier zu vernichten Auch vielleicht dieser Ah Krachende Suplex Auf den Hallenboden Ah, das ist natürlich auch Für den Wolf Ein ganz neuer Bereich Mit dem er erstmal Klar kommen muss Was hat der Arthroof Oh Ah Ticker Into Stunner Holy Shit Oh Der Instant Kickout Vom Wolf The Consequence Holy Shit Und schau dich den Wolf an Der weiß gar nicht mehr Wo oben und unten ist Aber Arthroof Mit einem Moment der Schwäche Holy Shit Oh Fast auf die Ringtreppe Ich sag ja Sowas ist gefährlich Jetzt hat er den Selber der Wolf Mit dem Cover 1 2 3 Nein Kickout Wie darf das denn sein Da gibt es tatsächlich den Kick Oh Und ein gefährlicher Jumping Neck Breaker Sensationell No 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 Oh Tire Suplex Auf die Ringtreppe 1 2 3 Kickt aus Was ist Arthroof denn für ein kranker Motherfucker Dann eben nochmal Mit dem Sleeper Come on Tap 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 Mit einem Jawbreaker Befreit sich Arthroof Das ist ja unglaublich Wie kann man nur so viel aushalten Oh Complete Shot Auf den Heilenboden Und das ist tatsächlich Die dritte Niederlage Für den Wolf in Folge Gegen einen erfahrenen WWE Superstar Aber wie unmenschlich viel Hat Arthroof hier eigentlich ausgehalten Spätestens nach einem Tiger Suplex Auf die Ringtreppe Hätte jedem klar sein müssen Das war es hier Und dann hier nochmal Das war natürlich sensationell hier Zack Der Instant Kickout Haben wir da nicht gehört Aber dieser Jumping Complete Shot Mit dem Gesicht Auf den harten Hallenboden Da gab es Keine Möglichkeit Für den Wolf zu entkommen Und das ist Die dritte Niederlage R-Truth gewinnt dieses Match Und damit Stellt man sich natürlich Die große Frage Jetzt wo der Wolf Zu Hause Bei NXT verloren hat Bringt ihm der Titel Unglück? Hat er einfach nur noch Nicht die Erfahrung gesammelt Um gegen Superstars Wie R-Truth Und Co anzukommen? Die Gerüchteküche Brodelt Jetzt in den Kommentaren Wie soll das nur für den Wolf weitergehen? Das war ein unglaubliches Match Ein tolles Falls Count Anywhere Match Die beiden haben Ja würde ich sagen Nicht zu viel versprochen Und auch R-Truth meldet sich natürlich zu Wort Und sagt Du willst der NXT Champion sein? Ein Witz Ich fühle nicht Als hätte ich einen Champion geschlagen Bitte Eine sehr sehr Bittere Niederlage Die wie gesagt Dritte in Folge Was bringt es dem Wolf Wenn er vor Publikum Es nicht mehr schafft So konsequent zu sein Wie er zum Beispiel Im Development Center ist Da Hat er das Köpfchen Viel wichtiger ist In der nächsten Woche Im nächsten Part Gibt es das NXT Championship Match Gegen wen auch immer Vielleicht Tyson Kidd Vielleicht Damien Sandow Vielleicht R-Truth Vielleicht sogar ein Vettel 4-Way Seid gespannt Wie auch immer das ausgehen wird Das sehen wir in der nächsten Folge Von WWE 2K50 Und nochmal vielen Dank Für eure Geduld